Hey du, hallo, ja, hollöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Dead by Delight, äh, Delight und mit dabei ist wieder die Ricarda. Ja, servus, ihr Lieben. Ja, hü, hü, gu, gu, gu. Hallo, du, ja, du da. Hey du, oder du, oder vielleicht du. Du, oder da, oder hier, oder da, oder? Ja, ja, keine Ahnung. Kommt, wir sollten, glaube ich, unsere Arbeit tun. Ich glaube, wir sollten hier erstmal an den Generator. Ja, Killer ist beschäftigt. Den können wir ja loslegen hier. Ups, was? Das geht ja auch schnell. Ich habe mal hier das Dödem gemacht. Achso. Ich weiß gar nicht, welchen Killer wir haben. Eine Falle habe ich noch nirgendwo gesehen, also werden wir auch keinen Fallensteller haben. Geist, der hätte sich unsichtbar gemacht. Gut, wir haben jetzt, ähm, muss man hier dazu sagen, so jetzt gerade mal drei Meter gelaufen. Wir haben Killer, äh, 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 ja, klar haben wir den Killer. Wir haben den Geist. Ich glaube, wir haben den Geist. Ich glaube, ich habe ihn gehört. Die Glocken haben geläutet. Sorry, Leute, ich habe heute einen Frosch im Hals. Macht doch eine, schlägt am Wetter. Na, warte mal, ich sehe gerade einen, äh, nee, das ist kein Killer. Jawoll! Super. Wollen wir den holen, uns? Nö, den lassen wir hängen, komm. Echt? Quatsch, das ist doch Spaß. Nein, ich hasse ihn. Und wer ist wieder hinter mir her? Natürlich, der Killer ist mir hinter mir. Ja, ist ja klar. Alles gut, alles gut. Oh, der ist schon, der wurde schon befreit von jemandem. Okay, okay, wir sind ja alle hier verstrahlt gerade. Nee, der eine nicht. Nein, super, jetzt habe ich mich auch noch. Au, äh. Autschen. Falsche Richtung. Tat das weh? Nein, überhaupt nicht. Oh. Au. Ups. Ja, super. Nein, super. Mal gucken, ob wir es vielleicht heute schaffen, uns mal gegen den Doktor zu wehren. Aber es aussieht, nee. Äh, aussieht, aussieht, nee. Das war kackig, oder, ey? Oh, Mann. Nein. Oh, nee. Oh, nee. Ich hänge an dir. So, ähm, ist er weitergezogen? Ja, er ist, nein, er ist hier. Ja, was? Ja, er ist weg. Okay. Weißt du, ob er nach links oder rechts von dir gegangen ist? Zum Haus. Hinters Haus. Das Haus? Das Haus? Oh, ich hör ihn, ich hör ihn. Ich hör ihn. Also, er ist hinter mir gedehnt. Aber jetzt ist er wieder da. Äh, okay, das ist scheiße. Jetzt ist er, jetzt, der läuft ja, also im Umkreis läuft er rum. Aber jetzt ist er, also, man kann mich jetzt eigentlich, also. Äh, nee, 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 ich hör ihn ja immer noch. Ja, klar, hörst du immer noch. Er geht ja um den. Ja, schnell, jetzt oder wie? Ja, ich kenn die Schnellerin. So, 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 so. Alles gut. So. Danke. Aber ich will erst mal kurz weg. Dann kannst du mich vielleicht mal heilen. Er kommt, er kommt, er kommt. Ja, ja. Mal schlafen wir langsam. Ja. So, er ist sowieso beschäftigt. Also komm hier, lass dich mal heilen. Befümmel mich. Mal eine Rückenmassage geben hier. Ja, irgendwie gibst du gerade dem Gras eine Rückenmassage. Okay, zehn Meter weiter von dir entfernt, erst mal. Oh, ja, ist da, oh, 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 oh. Das, die Scheiße, ich hab wieder diese Halluzination. Hm? Bei mir ist sie gerade... Nee, bei mir geht's eigentlich. Ich bin noch geistlich auf der Höhe. Geistig, geistlich vor allem, ne? Man merkt's schon wieder. Okay, ich könnte. Ist da eine Barrikade? Nee, shit, da. Sonst hätte ich den wegkloppen können. Scheiße. Oder doch, da ist da einer. Blöde. Das wär geil, wenn wir das hingekriegt hätten. Ach, Mist. Okay. Okay, okay. Gut, Doki Doki ist weitergezogen. Oh, nee. Oh, doch. Da kommst du aber ein bisschen spät. Hättest du mal was gesagt. Ja, du bist ja... Hier, komm, dann lass uns ihn heilen. Zu zweit. Das geht schneller, ha? Der kommt aber zurück gerade. Hättest du mal die Barrikade zugemacht? Oh, komm. Das ist schlecht. Lieblich. Sag bloß, der verfolgt mich schon. Nee. Nein, er verfolgt, glaube ich, den anderen. Scheiße. Du bist verletzt. Komm her, ich heile dich. Ich? Nö. Hier ist doch irgendjemand verletzt. Ach, das bist nicht du. Nee. Ach, ey, er jagt dich? So. Nö. Nö? Okay. Ich bin versteckt in einem Bär. Oh, okay. Okay. Also, wir müssen jetzt mal endlich mal den... Wir müssen endlich mal diesen Fluch, der uns auf uns lastet, den müssen wir jetzt endlich mal abschütteln. Wir müssen jetzt mal den Killer besiegen, diesen Elektrizitätsmann. Ja, den müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Generatoren machen. Dann haben wir auf jeden Fall diesen Fluch mal gebrochen. Das ist ja schlimm mit dem Kerl. Ja, aber das bringt nichts, vor denen hier jemand nicht immer wegzurennen, sondern wir müssen uns mal hier an diese Dinger setzen. Vielleicht macht Generatoren gerade. So. Ich sehe den Killer hier im Hintergrund, der bleibt irgendwie... Ach, der Jagdabler... Oh, nein. Na, super. Konzentration. Oh, okay. Na, wo führst du denn den Killer hin? Du doch mal weg hier. Ja. Mann. Aber jetzt juckt er da die Nase. Schütte. Na, der Killer war jetzt hier noch nähe. Nähe. Das hat jemanden verfolgt. Deswegen, ich habe jetzt nicht gerade... Also gerade nicht... Also gerade... Also getraut. Gerade... Boah, Generator weiterzumachen. Mein Gott. Brüder. Heute liegt meine Zunge irgendwie schwer am Hals. Die liegt... Brüder. Brüder. Irgendwo anders, nur nicht da, wo sie soll. So, Generator Nummer... Ja. Okay. Du musst nicht fertig nehmen. Doch. So, Nummer drei ist fertig. Ja, ich bin auch gleich fertig. Wo ist Nummer vier und fünf? Ich bin auch gleich fertig. Okay, das ist super. Dann nur noch ein. Oh, hier vorne ist Kleiner. Ja, komm, beruhig dich doch langsam mal. Das ist ja bei der Scheiß-Klelzen. Obwohl der Killer hier ist in der Nähe. Der trägt gerade jemanden zum Haken. Ja, super. Und der Haken scheint bei mir in der Nähe zu sein. Okay. Ich will jetzt diesen Scheiß-Generator fertig machen. Es wird scheißegal, ob der Killer kommt. Okay, dann könnte ich vielleicht... So, Generator sein. Juh, supi. Oh, shit. Nö, na, einen. Es sieht doch gut aus. Was ist denn los? Killer. Warum ist denn der so schnell da? Renni! Renni! Oh Gott, die sind ja jetzt alle verletzt, ey. Außer ich. Warte. Oh Gott. Nein! Hüppe! Ups, der Nächste. Scheiße. Shit, es tut mir leid. Jetzt dreht der Arzt ja durch, ey. Jetzt dreht er durch. Da ist noch ein Generator, da muss ich anstrengen. Hier ist noch ein Generator. Hier, komm, komm, ich könnte heilen. Ich hab hier, ich bin hier, ich bin hier am Generator, du kannst mich heilen. Schnell, komm zurück. Ja, ja, schnell, komm zurück. Oh, du schau. Ich hab jetzt keinen Herzschlag gehabt. Scheiße. Ich hab keinen Herzschlag gehabt von dem. Was ist das denn für eine Kacke? Scheiße. Ich hab doch keinen Herzschlag. Das ist echt blöd. Schüttel. Also du hast gar nichts weg, aber. Ja, warte, ich kann, ich kann, ich kann, ich... Ich weiß noch, dass irgendjemand von uns oben ist. Oh, oh, komm. Ja, komm hier, schnell. Ja. Irgendwann bist du denn? Komm ich denn? Der ist da oben, der ist da oben gerade super Dupi beschäftigt. Da kriegst du schon auch. Ich will den Scheißsgenerator noch hinkriegen. Ja, ja, den machen wir auch jetzt. Den machen wir sofort. Killer hängt ihn jetzt an. So, komm schnell, ran hier. Aber das so gut ist jetzt, weil der Killer kommt bestimmt hierher. Ja. Das Dumme ist, dann werde ich sie nochmal vom Haken irgendwie nehmen müssen. Ich lass die da niederhängen. Wir brauchen jedes Teammitglied. Ich komme, ich helfe dir, Opa. Musst nochmal die Lunte aus der Fresse nehmen, dann geht's auch besser. Du! Der tritt schon wieder auf den Generator ein. Da ist ja, ich sehe einen Killer. Nein! Geh, geh, geh! Bring dich erstmal in Sicherheit. Jagt er dich? Dann kann ich den Generator weiter machen. Nein, er hat den anderen gejagt. Aber ich glaube, er rennt mir hinterher, oder? Nee. Gut. Ich komme schnell. Schnell, schnell, schnell. Vor allem den Generator weiter hängt das von der Kiste, weißt du? Ja, ich habe die Kiste gerade gesehen. Komm den schaffen, weil der ist jetzt tot, der andere. Und wir haben nur noch diesen, diesen, ach, das ist nix. Scheiße! Mist! Das wird nisch. Geh da lieber weg. Aua! Hab's dir ja gesagt. Ja, ich weiß, dass du das gesagt hast. So, dann gehe ich aber wieder ran, weil du längst ja prima ab. Vielleicht schaffe ich das. Vielleicht schaffe ich den. Scheiße. Ja, ich denke ihn hier gerade schön ab. Hm? Scheiße! Nein! Das kannst du doch nicht machen! Da kann mich hier nicht... Ach doch, da kann ich doch aufheben. Ja, ich dachte, da kann mich hier nicht aufheben. Scheiße, jetzt bin ich aber auch tot, ne? Ja, eben. Hast du die Luke gesehen? Nee. Aber ich habe den Haken gesehen. Ich glaube, wir kriegen den Fluch nicht hinzubrechen. So ein Affe! Nein, ich habe die gehört! Ich habe die Luke gehört! Komm, sieg du ihn, dass du wenigstens den Fluch gebrochen hast. Ich habe die ja irgendwo gehört, die Luke. Wo ist die? Wo ist die, verdammte? Hier rum? Nee. Warte, da ist sie... Da, 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 ja, da, 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 da. Okay, du hast jetzt wenigstens den Fluch gebrochen. Du hast auf jeden Fall den Fluch gebrochen und hast auf den meisten Punkte abgestoppt. Wow, jetzt ist es mir heiß. Guck mal, der Killer, der hatte gar nichts. Adrenalin. Ist es die Gabe oder Fluch? Der Antitus hat im Herzen des Doktors einen teuflischen und unauslöslichen Funken entfacht. Ich habe keine Ahnung, statisches Feld, Haltungswechsel. Wie cool. Jetzt sehe ich ihn, der hatte ja gar nichts weiter oben. Außer dieses Ede-Dinge. Der war auf jeden Fall. Ich auch. Du hast den Fluch jetzt gebrochen, ich noch nicht. Mit dem scheiß Elektrizität. Du in der nächsten Runde dann. Wie weit schon dann? Ja, gut. Ja, liebe Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Part von Dead Boy Daylight. Und bis dahin. Tschüss. Bis dahin, tschüss. Tschüss, 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 tschüss.